Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 3 ja hinter dieser Tür erwartet uns jetzt was schrecklich ist nämlich nichts Hahahaha nicht weil ich euer LPTB Aua! Oh Gott, ja der LPTB, den hab ich ganz vergessen, der ist immer noch dabei wie ne Klette, Leute wassup oh das ist Krabelfieh überall kleine Viecher nicht auf meiner Gucke, ich glaub ich spinne ja er hat mich im Zubrauch das sind die Mistviecher so, ja, wir haben es überlebt ja, jetzt sind der wieder ein Kackbill zieht mit das war hier eingeschränkt das was hier noch auf was na, dann wird sich hier noch aktivieren mhm mhm sind wir einfach müde ein bisschen ich sammle alles ein ich bin so ein dummes Schwein das warst du hier noch und du gedacht nein natürlich nicht er geht dir nicht auf den Weg, John er ist nur verängstigt wegen dem letzten Mal du solltest mal mit ihm reden ich hab schon genug Schaden angerichtet aber das kann sich ändern du kannst dich ändern, John du kannst dich ändern, John wie mache ich rückgängig was ich getan habe wie vergesse ich was ich gesehen habe wie mache ich die wieder lebendig die ich getötet habe verliert man seine Seele ist sie weg aber man bekommt sie nie wieder zurück ich habe vor langer Zeit aufgegeben würden wir eigentlich immer denselben Audiolog oder mit jedem anderen wie meinst du jetzt na, um was ging es denn bei dir hier grad da ging es gerade um, dass Kawa irgendwie aufgegeben hat ja, irgendwas war das ja, irgendwas war das oh, warte alter warum ist es hier so gut so orange ich seh kaum was wo ist der ist das bei dir auch so orange hier boah oder ist das nur bei mir so ach jetzt wieder alles normal ist das schön red mit mir Isaac red mit mir Isaac geh weiter John die Party hat noch nicht angefangen welche Party welche Party wie Party mir hat eine Stimme gerade zugeflüstert so dass die Party noch nicht angefangen hat und dass sie weitergehen soll das war eine Frauenschein ja was der Kawa für Visionen hat da schaut doch einfach mal auf Basinathos RB Kanal vorbei denn dort kriegt die ja das ganze Schrecken von Kawa mit ja, warum muss ich hier den Psychopathen spielen, ey tja wir können auch gerne mal tauschen ich fühl mich wie ein Insass in Outlast super Audio-Lock anmachen wenn die Viecher kommen so auch Munition war wieder alle ich hab so viele Munitionspacks gebastelt, ja die scheiß Munition ist schon wieder alle kann aber wahr sein wo war der? weißt du mal hey war nichts, alles ist gut alles ist gut, ok hey komm her alles ist gut, ok hey so, ich hab jetzt nichts mitbekommen von dem Gespräch dort ja, komm mal nicht auf meinem Kanal oder so nochmal an oder auf meinem oh, man kann ja den Untertitel lesen oh, ich bin Winserloch, oder? ich bin auch schon mit, man ich pinkel dir gleich auf den Kopf so hahaha du meinst schon mal schien, komm okay, der Satz der Helle wir schreiten weiter weiter schenke, 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 schenke ist bald Weihnachten, oder was? oh, der Winkor ich höre hier irgendwas hinter dieser Tür aber Moment ich schau mal wollen wir da durch? ich, 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 ja, mach mal auf was ist das? das klingt kaputt aus das klingt so, als hätte jemand Sex oh mein Gott oh Gott oh Gott, was ist das? keine Ahnung da sind der, komm du bist natürlich auch von der Leiter weg, ne? äh Alter, was ging jetzt, ja? äh nein was los? Und sie lebt noch. Sehr hartnäckig, das Vieh, was? Aber Kin Basilator hat's gekillt. Weil er einfach der coolste ist hier im Spiel. Fehlfunktion der Brücke. Kann sein, dass wir keine Luft kriegen. Ja. Oh, jetzt ist er wieder da. Merkwürdig. Vielleicht lag das aber auch mit den beiden Monstern zusammen, die da unten waren. Das kann schon sein. Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt dafür habe. Weil die hatten auch hinten irgendwie so komische Huckel irgendwie auf dem Rücken gehabt. Wie Kamele. Na komm, lauf. So, was gibt's denn hier Schönes? Ach, mein Bot ist schon wieder da. Ja, meine auch. Sehr netter Bot. Mhm. Bin ich auch. Schade, dass man diese komische Waffe da nicht abreden kann. Ja, das ist halt schade, ja. So, wieder ein bisschen was gebastelt. Oh, Schränke. Zusammenwerfer. Oh, nice, nice. Alt. Bitte noch? Bitte noch? Ah, Satzteilbox. Ja, dann haben wir ja alles. Ja. Nee. Hab ich nicht. Hat die Mutti gerufen? Ja. Ja. Absch. Ach, nein. So ist das, wenn man zwölf Jahre gegen ihn spielt. Mir fehlt immer noch Wolfram und Halbleiter. Ja, was du so alles brauchst. Ja, für die Pitch Black braucht man so einiges. Meine Pitch Black. Eine Pitch Black. Was ist hinter dieser Tür? Die Wahrheit. Ich krieg da eine Pitch Black, dabei wollte ich nur meine Bitch Back. Hahaha. So. Achso, du musst erst mal auf die andere Seite ran. Was? Warte auf Partner. Achso, du musst noch nachvollziehen. Ich mach hier an die Ecke. Oh, das findest du schon. Vergeben! Dafür, dass du nicht für uns da sein konntest. Dass wir gestanden sind. Aber das war nicht das Ende, oder? Und auch hier gab es wieder eine Wahnvorstellung. Ich hörte wieder Stimmen. Meine Frau spricht immer mit mir. Einsammeln tun wir hinterher. Ja, aber wenn wir Munition brauchen, müssen wir natürlich auch einsammeln. Lecker Barbecue. Ja, lecker Barbecue. Ach, das ist die Munition. Alle eingesammelt? Ich hoffe es. Ja. Warte auf Partner. Flammlasur. Geil. Ja, Flammlasur. Mein Inventar ist voll. Hab ich denn alles für einen Quark? Stase. Was will ich mit diesem Scheiß? Stase. Stase. Arschdinger. Kein Stase. Nutze ich eh nicht die Kacke. So. Oh. Oh. Was machst denn du, Boxer? Ich hab jetzt gedacht, ich war das. Nein. Nein, 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 nein. Du warst das nicht. So. Auf geht's. Ach, schade. Die Feuerlöscher explodieren gar nicht. Ich folge dir, mein Führer. Auf Schritt und Tritt. Auf geht's. Vielleicht doch hier Raten haben. Hahaha. Ach, immer diese Fremdenführer heutzutage. Oh, das ist ja so ein ähnlicher Ort hier. Ey, was geht denn ab Kleines. Auf jetzt schon mal was Feuer unter Mausten gehabt? Röstzwiebeln sind fertig. Bäm. Hippie und Vagina Draußen ist Licht angegangen Oh mein Gott, es gibt Menschen, die sich draußen bewegen Sind das Einbrecher? Es ist merkwürdig Sehr merkwürdig Sehr, sehr merkwürdig Oh ja Ich bin fassungslos Draußen diese alten Lampen Mit diesem Bewegungssensor, ey Geht mir immer auf den Sack Diese Nachbarn, die dann Auf die Terrasse gehen oder so Dann geht das Licht aus Dann bewegen sich mal kurz Geht's wieder an, wieder aus, an, aus, an, aus, an, aus Ja das alte Spiel, Tibio und die Internet-Bornos Nein Schauen wir uns doch mal hier um Hier haben wir ein schönes Plakat Committed to your defense Ja Ja Sehr schön Ich finde mich besser als der auf dem Bild hier Aber naja Wenn ihr übrigens wissen wollt, was der Tibio sich dort baut, müsst ihr auf seinem Kanal gehen Den Link findet ihr in der Videobeschreibung Nach geht doch Der baut bestimmt noch wieder scheiße Das war immer geklippt, kann ich schauen Ich habe ein Artefakt entdeckt Schön Ja, ne? Jetzt bist du neidisch Kannst du ja vorlesen, wenn du willst Mal schauen Ach, nö Nö, das ist mir zu viel Text Nö Ach Gott, das hört ja gar nicht mehr aus Strafgericht der Erstgaf-Spezialeinheiten Vorsitzender CDR André Hartley Angeklagt Sergeant John Carver Aha Oh, äh Tschüss Für erster schrecklicher Angriff Und vorsätzliches Widersetzen der Befehle Eines höherrangigen Offiziers Zweiter Anklagepunkt Zweitens Für einen Offizier und Gentleman Unziemliches Verhalten Drittens Ungehorsam gegenüber einem höherrangigen Offizier Urteil Schuldig in allen Anklagepunkten Äh Empfohlene Vorgehensweise Ich kenne John Carver seit vielen Jahren Sogar noch bevor er seine Familie hatte Soldaten, die so lange wie er dienen Haben oft Probleme, sich in ein Familienleben einzufügen Nach meinem Dafürhalten Und nach meinem Dafürhalten Wurde diese Unsicherheiten durch den Krieger provoziert Und führten zu den oben genannten Anklagepunkten Die mangelnde Möglichkeit, sich mit seinem Privatleben auseinanderzusetzen Haben aus John ein Pulverfass gemacht Ich empfehle daher, John Carver zu beurlauben Was er jetzt am nötigsten braucht Ist ausreichend Zeit mit seiner Frau und seinem Sohn Damit sich einer nach ernähren können Oh Und ich denke, wir sollten uns auch annähern Nein Doch Und zwar in der nächsten Folge von Dead Space 3 Bis dahin, tschüss Tschü 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 tschü